Liebe Freundinnen und Freunde, Patrick Briong und ich, Markus Gleichmann, sind die Initiatoren der gemeinsamen Webseite rememberonline.org. Wir möchten uns auf diesem Weg herzlich bei euch allen für die vielen interessanten Beiträge bedanken. Die uns zugesandten Beiträge kamen aus vielen Ländern, unter anderem aus Belgien, Italien, Russland, Amerika, England, Lettland, Holland, Tschechien, Frankreich und Deutschland. Wir bekommen viele Kontributions von verschiedenen Ländern, die aus Deutschland, Belgien, Italien, Holland, Lettland, USA und Russland. Sie spiegeln die große Vielfältigkeit, Emotionalität und Diversität der Geschichte und des Gedenkens wider. Seitdem die Webseite online steht und sehr große Resonanz findet, erreichen uns täglich weitere Beiträge. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, das Projekt zu verlängern und wir machen es möglich, dass bis zum 8. Mai noch weitere Beiträge zugeschickt werden können. Das ist auch der Hauptgrund, weshalb wir Markus und ich entschieden haben, das Projekt bis zum 8. Mai, damit die Menschen mehr Beiträge geben können. Vielen Dank und viele Grüße auf der Skala. Bleiben Sie gesund und wir hoffen dann auch auf ein Treffen im Jahr 2022. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Stay healthy, stay well und wir hoffen, dass Sie wieder in 2022 wiedersehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.